Komplimente, können wir direkt jetzt gerade nicht einblenden, aber ich meine, als ich sie heute auch gesehen habe, wir haben uns wochendlich gesehen, wir haben uns gesagt, wow, was für eine Veränderung und man strahlt auch gleich, wenn man sich wohlfühlt. So, mit dieser DVD nochmal ganz kurz, so im groben Minimum 5 Zeichen mit einem Ball, nur in Anführungszeichen, ganz ganz dick in Anführungszeichen mit einem Ball. Wir stehen kurz vor der Begrenzung, 275105, die Artikelnummer, das Buch ist noch mit dabei, aber wir möchten ganz ganz schnell auch noch die Frauen so absolut einsteigen wollen, die ganz ganz lange nichts gemacht haben oder vielleicht auch gerade nach einer Schwangerschaft. Ja, ich möchte mal eine Übung beispielsweise zeigen. Und jetzt sind halt die Handel mit dabei, was ich ganz toll finde, ist, dass der Gürtel auch dabei ist, weil gerade am Anfang kann man da auch nochmal wegstecken. Genau. Gerne dazu bestellt sich nur einmal die Versandkosten. Wir sind aber eigentlich bei dem Ball.